guter von guter luke ich nehme eine kevlar mit man packt man b oder was wohin ich schreibe als erstes er ist eine musik aus und getrennt eine küche kommt raus kommt raus letztes auch noch mal küche nach einer küche mich hier an dem hätte er nicht ich habe gerade alle küche er ist noch einer wer hatte doch gerade achte auch küche ja der bau das habe ich nicht mehr borker heute kriegst du überhaupt nicht dass ich gestorben bin noch ein headshot das habe ich noch mitgekriegt nachdem ich mir der kopf fehlt und dann können wir noch eine piste machen aber ich mache noch eine piste ich mache noch eine piste kopf mal m war klar habe keine Smokes ich weiß nicht, ich komme hier nicht raus, weil ich weiß Trauer da bist du frei Ah! Der will nicht sterben. Eine Connector. Dann müssen wir eine Waffe schnappen, dann nachladen, dann... Einer Stairs. Zwei Connector. Dann planten. Plant bitte. Piep 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 piep. Sehr schön. Dergo Team in Kompetenz. Du, meine Mausgeschwindigkeit. Du, meine Mausgeschwindigkeit ist so hoch. Habe ich hier hochgesch... Deil. Du, die Maus. Ey, ich hab mit Überlaufen 1,9, ja. Ich hab sie auf 3. Ja, ich hab von 2,4 runtergeschraubt, aber klappt das wie auf 2,4. Und deswegen dachte ich mir grad so, what the fuck? Wir haben jetzt Waffen. Ne, 2,4 auf 1,400. Warte mal, ich hab die Bombe, ich nehmt jemand mit. Ich geh mit, hier Bombe. Ja, 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 ich hol sie dann. Mach wieder. Was smokest du? Du wolltest grad smoken, oder? Ich wollte nicht smoken. Wollte nicht smoken. Ich smoke jetzt jungle. Warte, 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 ich smoke CT, wenn ich sie hinkrieg. CT smoke raus. Aber ich glaub, die kommt nicht perfekt. Der smoke kommt. Ach ficken, Alter. CT ist raus. Äh, short, eh. Oh mann, ich geh da nicht mehr oben lang. Ich hasse gar nichts. Ich kann dich weg, weil ich... Ich kann dich weg, weil ich... Wo? Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Okay. Okay. Einer kommt noch, äh, äh, durch die Folge dann. Nice. Okay. Weiß es jemand woher, der kommt? Nein. So. Wir sind immer stark auf CT tippen. Ja, CT ist. Ja. Hab noch nicht gekauft gehabt. Nee. Wir werden jetzt wahrscheinlich kaufen. Noch nicht. Aber jetzt wahrscheinlich auch. Nein, das smoke war zu weit. Was machen wir eigentlich? B. B. Stoppelt. Wir machen B. Wir machen B. Wir machen B. Wir brauchen zu. Okay. Oh. Leute. Siehst du viel Steppen, die haben schon. Ach, das kann nicht wahr sein. Äh, Mann, da steht einer mit der Mitte in der AWP. Okay. Mit einer Mitte in der AWP, ja. Mhm. Äh. Mit einer AWP in der Mitte. Haben wir scheiß Hohenfenster. Ja, Blastwagen gesmoked. Mhm. Hast du? Ja, Blastwagen ist gesmoked. Ist doch scheiß. Äh. Meines Underpass. Nein. Fuck. Alter. Oh shit. 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 Einer kürzen. Und einer Lastwagen. Äh. Ich würde kurz. Wie kurz ist einer? Ja. Schaut aus einer. Der war da. Uh. Follow doch. Okay. Wenn ich hier drinnen stehen kann, das ist... ich heiße diese Pro-Cities, so... Gea-City Ich bin so... okay... ich muss ihn jetzt unterstützen Ah ne, der kommt auch zu mir Kanji von Auf-B? Ja! Nice! Oh, der kommt zu mir Oh mein Gott! Ah, nein, mein Schale! Ja, das war... ich weiß gerade nicht, ich war gerade leicht... ich wollte eigentlich noch gar nicht drücken, bin irgendwie aussehen, ob ich hier rausgekommen Das war die Hase Ich hatte mal ein bisschen Zeigefinger Ja! Hat er den gesehen? Ja, den scheitbar! Warum stehst du da? Wollte grad sagen, ey, das sieht man doch, was machst du da? Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ne, das macht wohl gut Ich dachte grad, das müsste anders Oh Gott! 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 Nimm doch die Arme mit! Nimm die Arme mit! Muss nicht fertig nachladen! Ja doch, hallo! Fertig nachladen ist wichtig! Oh, das war zu geil! Oh, okay, meins war auch grad nicht so... Nicht, ey! Ah, der gibt mir meine Waffe zurück, danke! Friendly, Friendly! Da stand dein Name drauf! Ja! Ist das überhaupt meine? Ja, ist meine! Nee, ist nicht meine! Ist nicht meine! Hallo? Sie ist von Rastro! Äh! Wir haben keine Ansage gemacht! Weißt du? Gut, dann hocke ich mich jetzt aufs Sofa und die Bade! Es kann nicht wahr sein! Es kann nicht wahr sein! Ich bin drauf und schießt, du verficktes, blödes Scheißspiel, Mann! Maaan! Ich installier dich gleich! Da hast du geschmooked! Im Fenster steht eine Arme mit so einem Scheiß-Uhrensohn. Weißt du, wenn ich den irgendwann seh, ich trete den so in die Fresse, ja? Boah! Geht der mir auf den Sack! Öh! Ich steh da mit meiner Arme, Mama! Ich bin voll der Spieler! Hab nix drauf, aber ich kämpfe wie so ne Sau! Meine Fresse! Soll ich dich boosten ins Fenster? Nein, nein! Dann kannst du dich aber pickeln! Soll ich aber gar nicht! Die ist ja wahrscheinlich bei mir nicht! Die ist minderwertig! Oh! Da oben steht eine! Das war die Abenteil! Ja! Shit! Der Fetz! Die Bombe lief so, dass er genau drauf sehen kann! Oh! Boah! Boah, war das n Bullshit! Ey, war das n Bullshit! Das kann nicht wahr sein! Ich sollte mich nicht so aufregen! Gib cool! Nee! Gib cool! Nee! Gib cool! Nee! Blutrock over 9000! Ja! 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 So! Diesmal gehe ich nicht Mitte! Nein komm! Wir gehen rein! Weil er so ein Mr. Minderwertig immer hockt! Ich kämpfe mir um den Herzen! Meistens! Erstmal smokeen! Wir warten! Huch! Hier ist da so'n Hahn! Ja! Ich hab' halt auch nix drauf ne! Buck is smoked! Ach, Steffi! Ne, das ist nicht! Steffi ist random! Sorry! Ich dachte, du bist blau! Ich hab' 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 blau! Infrast boots zu lassen! Will du smoken? Ich lasu' do you smoke Тут Europa Hybrid hat eruso! City ist nämlich ge-smoked! Jetzt! Fuck, ich seh' nichts! Habt die! Ich hab' ne eine Arfe! Ich schaue auf der Treppe! Oh, blau! Oh, zumal das steht n Monday! Ah, da steht noch water排! Sehr schön! Oh, kann' mich jemanddessus die decken! Wunderbar! Da steht einer! dann ist auch da ja wir aufpassen nicht das was und ich will nicht hin kommen Treppe kommt Jungle ist noch Halt rein ich halt rein Jungle hast oder? Ja Hat ne Arbe Bitter so Scherz und Playssaven Oh scheiße das hab ich gesehen Bleib Stay Nicht cooles Irgendwas uncooles Mit 16 Noscope? Ok Weg hier Terrorist Terrors Weg hier Mami Ich dachte jetzt grad echt noch Die Arbe hat dich geholt Weil du langgegangen bist Ah ne ganz ruhig Ok bin ich Wenn es keine dreckige Camper Arbe ist Dann ist das kein Ding Aber wenn es nur eine dreckige scheiß Camper Arbe ist Dann ist die ziemlich minderwertig Du magst dreckige Camper Arbe anscheinend nicht Ne Ich mach nur ein bisschen Stress auf B Keine Sorgen Du gehst auf A Ich gehst gerade auf A Ey mein ich ja Nein Na ja Blau gib mal die Bombe her Blu rief Gartenbach Ups Du bist über die Kugel gelaufen Hups Hups Das ist die Leiche Oh mein Gott Meiner kam vorgejumpt Mit der P90 Mh Haben die drauf geachtet Ups Ich schau mal unten hin durch Fuck man die P90 Komponenten Es war klar Es war so klar Steffi pass auf Kommt die jetzt rein Steffi 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 Ohoah Schön Alter Steffi Du bist so ein Tier Das ist echt abgefahren Geht durch Und Glück hat sie auch Ja Ich schau kurz Guck Bench Ja Noch zwei Nein Alter Kütchen Na Jetzt Kütchen Läser Kütchen Und den euch Holt die noch mich Nein Nein, nein! Nö, nö. Kommt ihr schon, ne Runde? Ja. Warte, ist er wieder fertig? Wir haben gerade angefangen, kann man sagen. Okay. User left your channel. Ich glaube, der safet man, oder? Ja, wird, der hat ne Habe. Oh Gott, schieb deinen Asch weg. Vielleicht pass auf. So und jetzt um die Ecke. Und so wie du, wenn du so läufst, wenn er auf dem T-Spawn ist, hört er dich von der Position. Ich bin so schlecht, das ist so nicht normal. Das kann nur echt nicht sein. Ich will die Baube nicht. Wo bist denn du? Ich will dir die Wahl wiedergeben. Wollte irgendwas cooles machen und wohl abgeschossen. Hup. Danke. Willst du was? Ne, ich hab. Ich hab genug selber. Ich mach noch mal ein A-Fake. Diesmal muss ich ein A-Fersetzen machen. Mach ich ein B-Fake. Nein, nicht die Bombe. Geh zurück. Dann mach ich den B-Fake. Ja, was jetzt? Geh zu B. Ja, okay. Ähm, wie gesagt, die Treppe hier kommt irgendwas hochkorten. Also, das war grad nicht so geil. Mach dir jetzt echt nen B-Fake? Ja, ich smoke mal Lastwagen. Ja. Stirb. Ja, kein Camp-Bahn. Schon ist er tot. Gut. Ich, äh, schieb mal runter die Treppe durch. Okay. Okay. Unspot. Ich mach mal nach. Ich bin grad auf B. Der hat mich geschossen. Alleine. Äh, hab ich grad erwischt. Ich bin dann auch so. Hä, ist da noch Unspot da? Ja, ja, Unspot ist noch. Oh, ja, ja, ja. Aber nicht der, den ich gesehen hatte, glaub ich. Wo ist der letzte? Da ist bei mir die Küche. Okay. Ich kann schon rein. Wir können Ruhe planten. Kommt jetzt gleich, kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Ah, ficken. Fick hier. Wo ist der? Wie der Kitsch? Ja, Kitsch. Nee, Kitsch. No Scope, äh, nee, äh, Wallbang, Headshot. No Scope, Wallbang, Headshot. Das wär noch die Trönung. Ja, das wär echt noch die Trönung gewesen. Ja, ich hab's einfach vermutet. Da kommen die Schüsse her, da ist der Kopf. Da braucht's der Kopf, zum Glück. Mal eins, äh. Ich hätt aber nicht gedacht, dass man durch... Mach nochmal das gleiche, nur anders. Was andersrum? Nochmal das gleiche, nur anders. Ich bin verwirrt, ich bleib jetzt hier einfach stehen. Mach's gut anders. Ja, blau ist dann ziemlich weit vorne, das ist scheiße. Ich glaube, das ist gleich. Tja, finden wir da was? Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Einer ist Palace. Oh, shit, die kam nicht gut. Scheiße. Die kam nicht so gut. Oben über kurz B rennt was, Richtung Connector A. Ne, unten rein. Ich glaube, der ist gerade schön geflogen. Ja, wo ist der Hinger rein? Wie kommt ihr an euch vorbei? Der ist über Tickel gekommen. Er hat doch gesagt, einer ist auf dem Tickel. Ach, ich soll dich mal lauter stellen, ey. Fick-Hand. Fick-Hand. Tobias. Lautstärke anpassen. Ah, bin ich zu laut? Nein, du bist mir zu leise. Ich hör irgendwie anscheinend nie, was du sagst. Das schon zweimal was angesagt, was ich nicht mitgekriegt habe. Anscheinend bist du zu leise. Möglich. Kurz ist einer weg. Noch zwei. Hm. Ah! Ich treffe jetzt! Doch, Daniel! Ja, ich treffe gerade echt nicht. Der ist doch immer noch... Achso, ist es da. Das ist eine Bison. Ein Captain No Way. Ja, weiß. Ja, wo ist der letzte? Das heißt, ich meine, die Bombe legen. Du hast noch 30 Sekunden zum Bombe legen. Ja, ja, ich warte noch schnell, bis er... Ich vielleicht zeig. Bis er hier hin verschiebt. Genau, bis er hier hin verschiebt. Genau, dann legst du die Bombe und erschießt dich dann derzeit. Und erschießt dich selbst. Genau. Lass er doch. Alters! Schön, Daniel. So. Das wollen wir mit Standard nehmen, das war's für die Runde. Gut. Aufgebraucht. Die restlichen Runden müssen wir allein spielen. Genau. Ich will noch Molli werfen die Runde. Du fällst doch Molli. Kauf dir einen Wurfen gleich. Du hast ihn gebaut. So. Ich muss mir noch ganz kurz noch mit den... Einer wird vielleicht wieder Palace kommen. Oh mein, ich pack doch schon mal meine Waffe aus. Warte ich... Kann man ein paar... Ich bin ziemlich neugierig. Ich will jetzt noch meine... Oh! Ich bin ziemlich neugierig. Oh! Ich bin ziemlich neugierig. Nein! Ich geh da mal! Ich geh da hin auf! Ich geh da hin auf! Naa! Treppe. Kommt da einer hoch. Eeeins!! Naa-en-s. Noch zwei! Einer wird wahrscheinlich Connect in Mitte kommen. Neee! Ich seh da nix, leider. Schalt mal so... Da ist der Stairs Oh man, da hinten ist die Google rein. Scheiße Ich hab Schiss, dass da hinten über T einer kommt Das hat drunter getappt Mitte, äh nehm da drunter Beides schon? Weil es fehlt noch einer Guck auf Stairs Guck auf Stairs Oh Stairs! Jetzt hat er! Guckt auf Stairs Ja, ich bin immer hochgesprungen, damit ich da drüber die Stairskiste sehen kann Oh, was? Wo? T.T. Sieht man da meinen Kopf? Ja, ein bisschen Ach Pels! Äh... Sehr nice Ich sag doch, da fehlt, mir fehlt hier irgendwo einer Ja, nicht der Punkt Ja Ich dachte nicht, dass man da meinen Kopf sieht, scheiße Das ist doof Was ich nicht schon Ja, das ist ja schon Offensichtlich, offensichtlich Noch ein Toolbox Offensichtlich, Mama Mach wieder den A-Fake Ach, mein Gott Mhm, okay Ich renne mal wieder durch zur B Versuche da einen wegzusticken Wer dabei draufgehen, oder? Ja Und los Und faken Da ist keiner Ich hab den Lösch Ist da wieder 8-1 oder Dinge gemacht? Oh, ich seh nix Wir sind inzwischen 9-1 und ja, wir Keine Lust, ist wieder Ich die Treppe runter Okay Wow Äh In dein Gesicht Hallo, hallo Just in your face Wie kurz ist was? Ah! Oh, was? Spot Spot Steffi, Spot Ab Ja, und dann spot das andere Und mal da, natürlich Kann ich jetzt nicht sogar Nice Nice, ich bin kurz Oh, ich hab wieder A-Aim So ab und zu Was nur ist? Also ich brauche, ich brauche 5 Runden Deathmatch und eine Runde normal, dann habe ich wieder A-Aim Sehr gut Okay, es bleibt mir noch das nächste Mal Genau Diese Runde normal, könntest du die auch ins Deathmatch verlagern? Nee, die brauche ich auch eine normale Runde, um mir richtig zu sein Dann spielen wir halt irgendwie ein Casual das nächste Mal zuerst Ja, genau Wow Ach ja 10 gegen 10 und wie war das? 15, 15? 10 gegen 10 Also das normale 50 gegen 50, oh 10 gegen 10 Standard, weißt du? So, dann geht die Ich hab dann was Estrush EU Jetzt nicht mehr Ups, ich hab noch zwei ab Scheiße Oh, ich übernehme Ich übernehme Das war Diese Kacke, das steht nämlich mal rechts Eins, zwei, drei Trampeln Was hat der da gemacht? Von hinten Oh, no scope Nice Oh nein Mit ohne scope Mit ohne scope Soll ich mal an den spot gehen? Hier trampelt was Hier trampelt was Hier trampelt was Hier kurz Ja, ich weiß, dass das short ist Ja, ich hab noch was trampeln Und dann dachte er so Oh, mein Spiel hat sich beschlossen Erstmal ein Steffi aber er schießt einmal treffen müssen aber mal treffen weißt du hey Tobi, da ist ja der ganz schön gedrückt wir drückt vieles mein Gott, da drückst du einmal den Anscope und dann du bist jetzt so reingereportet, das weißt du was schreibt ihr gerade was sie ist? ja ja, wenn ich immer einen Anscope gegeben habe okay, ich trau auf B halt, ich muss oben ja, okay das hat er noch nie gemacht das Samtibär hier den ersten Kinn nicht kriegt oben, 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 schön über B, Schwarz verschieben, der hat der Connector mindestens 2 komm, hol ihn dir der ist jetzt einer down der war noch schlecht als ich hey, Connector war doch grad was ich muss rumtrampeln hören what the fuck bomb ist geplantet da oben er nice city city, hol ihn mir meins, 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 meins oh man ja, 8 HP oh, wollte er draufschreiben so wohin ich mach mich mal gut wir machen das so wie immer einfach was faken und einer der macht ordentlich und der Rest läuft durch die Gegend wir gehen wahrscheinlich mit zu B okay machen wir mal mit B ja, der Ding hat echt was an, aber der Bellacor ja, ich hab an ja hm ich hab da standardmäßig ja, 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 ja kann man ihn smoke diesmal wenigstens? ich glaub wieder nicht, gell oh, ich wurde gesmoked hey, meine smoke kam diesmal Und sie huckt an der Nase. Gaut eine da? Noch eine da? Wir können auch auf A gehen, glaube ich. Nein, noch nicht. A ist noch einer. Oh, die scheiß Autofakker, Mann. Boah. Alter, kommt jetzt Connector. Sobald die anfängt zu ballern, schiebst die Panik und ballerst alles ab, außer den Gegner. Nice. Oh! Was macht? Wo ist blau? Wo? Wo ist der blau? Der steht doch zwischen uns. Ja. Oh Gott. Bis dass auch noch eine Wand zwischen ist. Ja, das wusste ich nicht. Wo war der letzte? Das ist nicht verpennt, keine Ahnung. Letzter ist unbekannt. Er hat nur der B, hat eine RK, hat die Bombe, hat eine Smoke und eine Flash. Der sollte was machen. AFK. Das ist AFK Smoking. Smoken um dann AFK zu gehen, das ist eine gute Idee. Das mache ich das nächste Mal. Mhm. Klopp. Smoken ich ein und gehe auf K. Danach müsst ihr aber nachsmoken, wenn ich noch nicht zurück bin. Machen wir. Nimm einen Headshot. Drei, zwei, eins. Ohne Headshot. Ich auch nicht. Jetzt bleib doch noch nicht stehen! Warte, das ist falsch. Nein Passive. Geh weg, geh weg. Defense. Ah, ich kann das nicht mehr lachen. Oh Mann. Okay. Oh, das ist der beste aus dem Team. Schon leicht traurig. Aber nicht mit den Smokes. Achso, der andere. Ja. Auch haben wir müssen. Ist okay. Alter. Einmal schießen, wegdrehen. Oh, er schaut einfach. Zurückdrehen. Er schaut da genau in die Richtung und schießt einmal. Das war einfach nur so ein... Mal rein schießen. Erstmal reinhalten. Nee. Verdammt, mir fällt der Fachtheraminos nicht ein. Der Fachtheraminos? Ich gebee. Nee. Terminiere dich auch gleich. Prefire? Nee. Er bin die Bombe. Okay, ich gebee. Wie heißt denn das? Was meinst du? Shit. Ich wollte es einmal probieren. Na auf dein Dach. Mal irgendwo reinschießen. Ähm. So. Prefire? Ja doch. Prefire. Karten sagt voll Prefire. Nee, nee, nee. Seid nicht Prefire. Ah ja, Prefire, genau. Sorry, ich hab das bei Kahn glaube ich nicht... Lass mich auch zu leise. Wir hören jetzt gegenseitig nicht. Kann das sein? Nee. Was? Wer nimmt denn? Komm einer. Sehr nice. So, jetzt kann ich euch mal zuschauen. Kommt immer noch einer. Einer kommt. Einer kommt überziehen. Wohl. Einer kurz. Oh nee. Der hat ne Hälfte. Der ist mittel jetzt. Kahn's AK. 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 Ja. Ich hab ein Geschenk an die Türen gelassen. Der hat's weggelaufen. Weil er hat auf die Türen genommen eigentlich. Nein, lass ihn doch. Kommt. Irgendwas hat er gerade getrampelt kurz. Kurz? Vielleicht links. Rechts vor mir. Ach fack meine. Ich geh aus dem Scope raus und dann kommt er rum. Ich scope kurz an und gib ihm instead neder. LOL. Schön. Ja, das war geil. Oh, war der geil. Ich hab schon Panik bekommen, weil ich dachte so, scheiße, genau das geh ich aus dem Scope und dann kommt er um die Ecke und dann gibts ihm so einen Schein. Ich geh A. Oh, ich mach Urlaub. Ich mach A. Oh, war das geil. Das muss ich aufnehmen. Das brauche ich. Das brauche ich für meinen Trailer. Hast du Shadowplay? Nee, einfach nur Replay. Ich hab Shadowplay. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Kurz leise. Selbst B. B. Komm, B. Ja, B. Und Short. Ja, Short hab ich nur einen angeschossen. Wollen wir da ran? Ich bin leer im Moment. Muss nachhören. Auch zwei. Einer ist in den Jungle-Ding da rein, wo die Leiter hoch geht. Mini-Löner. Fuck. Der rennt ist durchs Fenster, starb dabei. Der letzte Bench. Jetzt tötet den doch mal. Töter. Töter. Komm doch schon. Moment. Oh mein Gott. Oh, das war geil. Fast einer wird ab. Schön. Schön. War noch MP7. Ja, Echo. Echo? Ja, ich will ja nächste Runde meine Arme haben. Ja, ja. Gewinnen wir jetzt. Wieso? So. Deswegen. Scout. Muss man halt zum frem Bruder greifen. Damit kann ich aber nicht so schön den Fuß schießen und stecken bei. Kurz leise. B. Step wieder. Oh, ja nicht. Mit einer da. Warte Tobi, ich wollte den Rad drücken. Okay. Und Spott sind sie schon. Einer ist mit dem Bench. Und Spott. Und Spott. Was? Ich dachte von der anderen Seite kommt auch was. Einer ist übrig. Ist das kurz nicht der letzte? Oder habt ihr den schon? Ja. Ja, ist down. Ja, ist down. Sehr gut. Lass den Schweden werden. In? Es ist ein Knie. Du warte, 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 du warte, warte. Oh, warte. Dope. Das hat die Knie... 150 191 187